Ah, das ist die eigene Box hier noch. Warte mal, bevor... Jetzt nicht warten! Mach mal hin, hör! Was, wieso? Hi, Broly? Du lachst kein Thema mehr. Ah, immer das Warten hier. Los geht's, Shindujun! So ist. So. Habt ihr? Ich hab's schon, ich warte wieder. Ach so, wir müssen wieder auf hier... Ich bin doch schon da! Ja, ja, ja. Hör auf zu lügen. Immer diesen billigen Ausreden hier. Echt, ja immer diese Klatschweiber. So, jetzt kommen vier Apes. Freezer! So süß, oder warum der nicht? Warte mal... Ich brauch nicht Freezer nehmen. Zu spät. Ich, ich nehm... Ne, ich nehm Schurke. Ich nehm den Schurken, weil der hat auch Todesstrahl des Kaisers. Der hat bisschen mehr KI drauf. Der hat Schurke-Freezer. Ach so, den... Der Super-Schurke-Freezer. Außerdem sieht ja auch immer danach raus, dass auch die Stinkten würde. Fehlen noch die Fliegen. Jaaa... Hehehehe. 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 Die ersten zwei Affen waren voll einfach, aber danach sind die durchgedreht. Genau wie du. Alter. Ich glaub, bei dem hab ich... Bei dem hab ich... Bei dem hab ich, glaube ich, mehr KI, oder? Alter. Weiß, weiß. Also, irgendwie hat er keinen Schaden bekommen. Hä? Irgendwie hat er überhaupt keinen Schaden bekommen. Versteh ich nicht. Noch ein Platz. Ach, wie übel. Also, richtig. Nehmen wir mal dieser Host, der nicht hier posten kann, Alter. Mann, Mann, Mann. Wer ist das denn wieder, ey? Hehehehe. Boah, wie geht's denn? Wieder einfach mal frisst. Nein, ich... Oh Gott. Ja, dann fang mal an, ne? Kann ich auf Affen zu dachten? Hehehehe. Hehehehe. Ich hab's denn jedenfalls ein Assens-Einbogen, ey. Mit attackiert. Das Ding kommt mir irgendwie verdichtigt nach. Der macht das denn. Bei uns nicht nur noch. Wenn er nicht nur noch einen Aufsender gehalten hat, Er ist nicht nur noch derattende Absender. Hier. Karte. Und guck mal, wie viel KI, bei mir das. 2.. 3.. 4.. 7.. 9.. Ab. Was ist mit dem Affen los?! Ja, ich hab auch neu. Okay, dann mach das kaum unterschiedlich. So, zu Tode geprügelt. Geprügelt? Zu Tode? Geschossen? Ja, ich hatte keine KI mehr. Ach du bist so wichtig. Ich wollte gerade sagen, du bist in jedem der Liebe. Das ist doch so hoch. Ist doch so hoch. So, ist wieder durch. Boah, ist das halt so krass. Ey, fick dich doch, Alter. Du machst das nicht einmal, ey. Du bist doch voll krass. Jetzt aber rauf. Na los. Mach doch schnell die Animation, Alter. Ja. Alter, während du die Animation machen, kann ich auch nicht einmal auf das Auto flettigen. Da können ja auch sehr viel Hallo sagen auf dem Klo. Weißt du? Hallo, ne? Skipp dir gleich. Das ist so. Du hörst dich an wie auf dem Klo, ja? Dafür kann das Klo aber noch nie. Du hast ja keinen Facecam. Wie gesagt, du hast keinen Facecam, Alter. Du hast ja auch nicht gemerkt, du weißt, was du da bist. Ja. Ja. O, jetzt lass' ich doch nichts mehr. So, auf die Fresse zielen. Oh, oh, Vorsicht! Ah, fuck, ich vergesse immer auf allein zu drücken. Also alleine kam der mir schwerer vor. Oh! Vorsicht! Ich werd das jetzt voll abbekommen. Muss er es machen, ich es mache. Was macht der da? Was war das denn für eine Attacke, Alter? Ich hab' dieser Feuer neben ihm gegangen, Alter. Oh! Nein! Hör auf, Alter! Was macht der Dev? Ey! Da geht aber auch die Knatsch raus. Binst du ihm extra hingeflogen? Jetzt kommt der Bardock! Welches Geläse, ja. Ja, genau. Welches Geläse? Blutige Soße, ja. Der ist auch so, Alter. Wie kann man das so machen? Ist es noch Soße da? Alter, er schmeißt mit Steinen erst mal. Ich weiß gar nicht, ob so effektiv ist eigentlich der Herrscher-Strahl. Aber so eine schwachste Kraft. Bestimmt hier, ne? Vorsicht! Das werd ich nicht überleben. Das war mir aber so klar, weil ich hatte kaum Energie. Was? 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 Ja! Oh! Ja, wo ist das? Ich gebe dir eine schöne Rückenmassage hier. Das hast du überhaupt nicht geschafft, ja. Oh, ernsthaft? Jetzt sterben wir alle daran. Es geht zurück damit! Ja, ernsthaft. Boah, das gibt's doch nicht! Jetzt aber! Geht doch, nützend, ey! Will doch mal die Base, Alter! Heilgütt, ihr würd was gemeckern, Alter! Wie ne Frau, Alter! Das sind doch Vögel, Alter! Ja, wie gesagt, der kann nicht fremden, ne? Nein, Vorsicht! Da guck ich einmal kurz auf meine Augen. Ja, und da wird man schon bestraft. Moin, Ben! Umso später der Abend, umso eher kommen welche hier in den Stream rein. Das ist auch mal interessant. Ja. Ist doch normal! Boah, Mann! Jetzt geht das auch noch los! Oh, yes! Und das hat er mit mir in den letzten 40 Sekunden gemacht. Ich bin so ausgerastet. Alter, ey! Diesmal haben wir wenigstens noch 3 Minuten Zeit! So wär's beim Abend. Oh, Cell! Perfekt! Ich lach mich auf, doch mach's doch schon! Oh, lach dich auf, ich... Ich mach das schon. Der wollte auf dich, ich weiß nicht. Ich glaub, der mag Freeza nicht. Hast du zuhör... was? Oh! Oh! Scheiße! Ich bin tot! Das war mies, was der gemacht hat, Alter! Einfach mal so, Kamian, ja? Alter, wir haben aber auch so viel Energie! Leck mich drei Leisten! Alter, Bardock, das hat einen Arsch! Ja, nicht quatschen, mach den Geketter mit mir! Mach er ja schon! Aber ich hab keine Ausgabe an mir, ich werde nicht sterben! Also ich lieg da unter Bardock, ne? Und ich muss echt sagen, der fiege. Ich hätte einen Arsch und einen dicken Schwanz! Gibt's doch was, was du willst müssen? Ja, der ist aber nicht, ja? Ich weiß nicht, Katoga, wie sieht's aus? Das wäre aber nicht aufgefallen! Ja, der ist ein Durchmesser, Alter, von fünf Meter, ey! Boah, ich seh, dass nichts weiter ist! Der stampft uns gleich jetzt noch zugrunde! Oh, fuck! Der ist aber nicht so nett wie die anderen, der uns hier beleben lässt, ja? Autsch! Platz, bitch! Beleb' uns! Ich hab Max! Wir sind hinter ihm! Ich weiß! Der war genau bei euch! Ja, 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 warte, 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 w Au! Au! Der stampft hier die ganze Zeit! Nein! Vorsicht! Abwehrt! Ich hab abgewehrt! Ich hab abgewehrt! Ich hab vollen Schaden, Lusky! Ich hab vollen Schaden gekriegt! Alter! In dem Moment, wo er gezündet hat, ja? Da war ich auf Sprinten, ey! Das ist doch kacke gewesen! Alter! Aber die Typen aus den Dimensionen, die waren auch nicht gerade so schwach! Dieser Freezer hatte ja gerade drei Leisten gehabt! Ach nicht, Freezer, Cell! Er hatte drei Leisten gehabt! Er gibt Ketanette holendem auch Freezer und aber nicht! Wofür habe ich euch denn wiederbelebt? Mit Verschwärmen! Achso! Jetzt verstehe ich es! Hast du jetzt auch mal Freezer genommen? Nee! Warum nicht? Mein Charakter bringt das schon! Mein Charakter bringt das schon! Habt man ja gesehen! Halt! Halt! Hier, ey! Halt! 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 Au! Hat er sich voll auf mich gesetzt. Hä? Stand bei euch der Affe auch noch? Äh... Hä? 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 Was ist jetzt kaputt? Ich wollte schon sagen... Oh nein! Hä? Ihr habt mich nicht erwischt, okay? Warum muss jeder das machen? Erstmal eine halbe Weltreise... Ja? 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 Was war knack? Ja schon? Bitte, bitte! Was soll das sein... Er ist doch so, oder! Seitdem wir Füße haben, ist sie cool auch nicht runtergekommen. Vorsicht! Aufwärm! Aufwärm! Genau! Jetzt! Oh! Abhören! Abhören! Jetzt kommt die Kugel! Der macht glaub keine Kugel! Und jetzt! Oder? Na toll! Jetzt hab ich kein Kugel grad mehr! Ich belebe mal hier jemanden wieder! Bevor wir... Alter! Nun lässt du mich mal! Ihr macht das schon! Oh! Vielleicht noch einmal mal die Kugel! Und jetzt kannst du draufziehen! Boah ey! Boah! Natürlich! Bleib in der Luft hin! Sooo! Nächster! Nein! 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 Boah wie knack das grad war! Äh... Nein! Nein! Alter! Kann der mal aufhören damit! Da will wohl jemand wissen! Boah der hat... Der hat aber auch nicht gerade wenig Leiste! Nö! Ey! Ich bin tot! Muaah! Oh! Oder auch nicht! Ich dachte bei... Ja! Kannst du entscheiden? Ich hatte gar keine Energie mehr! Deswegen dachte ich jetzt... vorbei! Ich weiß nicht denken soll's handeln! Echt ey! Yes! Das haben wir schon hier haben gezahlt! Der macht Kugel! Ja klar! Ähm... Was? 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 Alter! Diese Schockwelle! Ich war zu nah dran! Macht einfach Schaden! Ich bin ganz nehm! Ich bin ganz nehm... Nein! Zum Glück hast du noch überlebt. Jetzt kommt die Scheiße noch. Die haben wir total vergessen. Hoffentlich haben wir diesmal mehr Glück mit unserem Gegner. Oh, Freeza volle Kraft. Das ist schon angenehmer. Oh, Einschlaftot. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Why do you have so much power? Ufff. Oh, how dare you? There's no way I could lose. So. How dare you? Dieser Kompanie ist fertig. Wo ist denn das Ding hier? Ah, unter mir. Uh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Tja, boi. Nein. I don't know. No. I don't know. Oh, nein. Oh, nein. Sieg und Spiel Mhm, Freeza, ne? Mhm, mhm. Was? Tozenfueen. Was? Also ihr und Freeza? Ich hab den meisten Schaden gemacht, also ich weiß nicht. Naja, das ist so Vorschaltschaden. Ja, 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 ja. Ich hab den Kripsmoment, da ist das... Ich konnte einfach mehr Strahlen raus... Das ist doch so... Das wird sich so falsch an. Was willst du rausdrücken? Bloß nicht, lass drinnen. Also, was ist denn heute? Wann seid ihr morgen wieder da? Richtig, jetzt ist der Schlaf. Von der Mühe. Klar. Ah, ich gucke aber erstmal noch, was die nächste Aufgabe ist. Ach, hier ist der nächste, oder? Wie ist der? Nee. Ich hab das Ross geflogen. Ah, ich gucke grad... Ah, ich weiß, wo's nächste ist. Ich seh's grad. Ja, ja. Extrem boos, halt. Blauer Hell, okay, so ne Scheiß-Attacke, ey. Okay. So, aber ich schaue mich jetzt aufs Ohr. Also, dann schönen Abend und... Alles klar. Bis dann. Jo. Bis dann. Tschau. Hm. Oh, was sind die Ross da? So. Aber ich guck mir die Attacke hier nochmal an. Was ist denn das? Ah. Aha. Schon wieder unbekannt. Von meiner Seite war's dann auch. Schau an alle, die dabei waren. War lustig? Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zwinita. Saskia. Sagt auch Tschüss. Genau.